Ja, das Videoteam hat sich was ganz Besonderes überlegt. Ich soll Ihnen heute mal den Sportbereich zeigen. Viel besser gefällt mir aber eigentlich hier die Saftbar. Denn hier gibt es sogar einen Drink, der heißt Chuck Norris und damit wäre eigentlich mein Sportprogramm schon zu Ende. Aber da Sie ja ein bisschen was sehen wollen, dann würde ich einen Orangensaft nehmen und wir gucken uns mal ganz gemütlich den Sportbereich an. Na ja, ich müsste vielleicht auch mal hin. Zumindest wenn ich dann die Restaurants hier alle durchprobiert habe, dann bleibt es wohl nicht aus, dass ich mich hier auch mal sehen lasse. Wenn es nicht ganz so anstrengend werden soll, hier hinter mir auf der rechten Seite der Minigolfplatz, da kann man durchaus dann auch mal Sport machen, ohne ins Schwitzen zu kommen. Sicher auch was für die ganze Familie. Der Sparbereich von der Ida Nova, der hat ganze dreieinhalbtausend Quadratmeter. Insgesamt haben wir fünf Saunen, vier Whirlpools und natürlich eine ganze Menge Platz zum Entspannen. Aber auch bei den Anwendungen, da können wir mit einigem aufwarten. Insgesamt stehen glaube ich über 80 Anwendungen zur Verfügung und eigentlich sollte ich Ihnen heute den Sparbereich zeigen. Das schafft das Kamerateam aber auch selber. Ich probiere einfach mal eine der Anwendungen aus. Bis dann! Ja, für mich war es recht entspannend hier bei der Massage. Der Kameramann hat ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, denn der musste ja den ganzen Sparbereich abgehen. Ich würde sagen, nach so einer guten Massage wäre ein kleiner Drink nicht schlecht. Zum Schluss, da bin ich noch müsst! Garent! Oh ja! Untertitelung des ZDF, 2020